Pflastersteine und spezielle Ökopflaster, Kies, Sand und Splitt, Transportbeton, Trockenbaustoffe im Sack und im Silo. Die Karl-Strohmeier GmbH in Neuenburg steht seit über 50 Jahren für Qualität, Vielfalt und Fachkenntnisse rund um die Themen Bauen, Gestalten und Verschönern. Die umweltschonende Gewinnung erfolgt in der Rheinebene im Trocken- und Nassabbau bis zu einer Tiefe von 60 Meter. Weiter verarbeitet wird das Material über Trennung sowie Nachzerkleinerungsprozesse in verschiedene Sortengrößen. Diese werden im Werk dann mit umweltfreundlichen Förderbandtransporten in große Silobehälter gefördert. In Neuenwerken wird das Material zu qualitätsüberwachtem Transportbeton, Betonwaren und hochwertigen Mischkiesen veredelt. Dabei bleiben alle Prozesse immer in einer Hand. Ob Kiesgewinnung, Transportbetonherstellung, Produktion von Betonsteinen oder Logistik. Eine Fremd- und Eigenüberwachung garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität der Produkte. Mit unserem modernen, leistungsfähigen Fuhrpark wird das gewünschte Endprodukt termingerecht im ganzen südbadischen Raum angeliefert. Die Errichtung von Barfußpfaden für Naturliebhaber ist uns ebenso ein Anliegen wie die Renaturierung nicht mehr genutzter Flächen mit heimischen Jungbäumen. Unter dem Motto, von der Natur zurück zur Natur, erhalten die ansässige Flora und Fauna hochwertige Biotope zurück.